so das sind wieder bei let's play battlefield 4 online mit mir dem hänger boy jetzt mal auf paratial storm ich glaube auf der map da brauche ich eher stinger immer noch so ein kratz im hals und jetzt hat mir einer die z11 weg gemobst so ein kleines sexkind dann wollen wir mal auf die so hier können immer nicht so viele camper sein wie auf der kack shanghai map die ganzen roof camper gehen wir immer auf die eier aber dafür ist mir auch gedacht diese extra für die wichser konzipiert worden ich schläg mich mal ins krach premium ich scheine einem server der nicht hardcore ist und ich springe vom dach also was heißt hier vom dach vom ersten stock und geht drauf naja ich vergaß ich habe noch gar keinen ich kann in der mich noch treffen wenn ich direkt über ihm bin ich habe da noch keine lenkflugraketen also ich wenn ich jetzt auf zwei drückt dann passiert da nichts haben wir anvisiert oder was ist das da haben keiner was spottet da war da war da haben wir gesehen ich sehe ihn Wir haben Einsatzziel bravo neutralisiert. So. Immer hoch und runter. Damit kein Snapper mich rausballern kann. Alpha ist mein. Mein, 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 mein. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich eine Rakete von unten. Geilste Taktik ever. So, und dann wollen wir jetzt mal... B wurde gerade eingenommen. Und da steht ein Flugabwehrgeschütz. Oh, oh. Ja, war so klar, dass der wieder auf mich schießt, dieses Dreckskind. Erstmal gemütlich landen, ne. Wie trifft der mich noch? Ich bin schon längst hinterm Hügel. Längen des Dreckskind. 103er pingert da einer. Nein, 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 nein. Uh. Ist wohl ein ganzes Harter. Wer immer noch nur auf mich geht Kann der mich immer noch treffen Der lebt doch schon gar nicht mehr Das Wichskind Wo bist du? Da ist er Ich stehe hier mit Das mal mit nem Stinger So Das kommt dabei raus Wenn man mich anvisiert ohne mich vorzufragen Ja der wird jetzt schon ausgestiegen Ich weiß aber Da ist er doch Du bist tot Junge Du weißt es noch nicht Ja jetzt taucht er Aber irgendwann muss er an Land kommen Oder er ist tot Seht ihr ihn irgendwo? Da ist er Da ist er Ja jetzt bist du gespottet Wie das gespottete Drecksding auf einmal weg ist Will er sich aber rächen Hoch, 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 hoch Warte mal kurz, runter Tja, das ist wohl, du kriegst mich hier, oder? Du erst Nein Ich wollte noch weg Eine Gesundheit hat er noch Von wegen des Todes Hab sie beide Nicht mal die Granate Wenn ich dringesessen wäre Hätte ich es dann Boah Wir müssen nichts drauf haben Wir müssen zu zweit kommen Aber wieder andere ankamen Ich rette dich Wwc Das waren bestimmt die beiden Spacken Ich hab nicht drauf geachtet Wie ich gekillt hab Ich hol dich ab Das wird sehr nehmen Mit der Welle Boah Immer diese Rexkinder mit ihren verkackten Komm, wo ist er Was schieb ich denn da von hinten weg? Irgendwo direkt vor mir Ja, es ist direkt hinter mir einer Boah, diese Wwc Hurenkinder Wir haben keinen Skill Aber wie der mich im Busch gesehen hat Oder liegen die Bäume bei denen anders? So, Wwc Ihr sterbt jetzt Du bist tot, du Uga Nein, ich hab das Ding Ah, fuck So Nächster Die Frage ist doch Ist hier bei Charlie Ja, bei Charlie ist noch einer Sind es Aber wo kämmt die Wechsel? Oder? Ist bei Charlie noch jemand? Oh, oh Oh, oh Da Ich muss schnell hier weg Oh, wisst ihr warum? Oh ja, sicher Weil so Leute mit keinem Hobby Mit nem Panzer hierher kommen Hurenkind 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 Du hast kein Hobby Hurenkind Verpiss dich Und da kommt nämlich schon das Blödlein Ich reparier mich mit der Flugabwehr Boah, wie schön ich den jetzt Wie gern ich den jetzt ab Hä? Auf was ballert jetzt unser Geschütz hier? Das ist ein bisschen wie die WWC-Spasten Ich hab ein feindliches Boot gesehen Ne, mit dem Ding treffe ich ja nie Oh mein Gott, da drüben ist die Flugabwehr Was liegt denn da für ne Waffe? Hier liegt Dickel Sniper Hä? Das Ding überhaupt C wird gehalten Auch wenn jetzt Gegner von rechts kommen Ich muss hier hoch Ja, du Ich legge Der geht drauf Ja, genau Diese verkackte Flugabwehr Und da Ich hab feindliche Flugabwehr gesichtet Ich hab feindliche Flugabwehr gesichtet Mach kein Damage Okay Man kann es ja mal probieren Ich hab feindliche Flugabwehr Oh, diese Flugabwehr Da ist keiner Da ist keiner Ja komm Was ist denn da hinten bei eh los? So, wo ist die verkackte Flugabwehr hin? Was ist das Fahrzeug getroffen? Gibt ein Okay Irgendwo da im Busch Okay Premium Wird Zeit für Nahkampf Der Sniper hier auf der Map Das bringt es doch nicht Ich hab im feindliche Flugabwehr Nicht von dir gezeichnet Wir haben gerade die Kontrollen Bei einem Ziel selber übernommen Was sind die Wix-Kinder? Geh halt drauf ey Meine Fresse Ich glitschte da in der Textur ey Und da ist auch noch einer Die sprechen sich doch ab Diese Uga-Kinder Wo er genau wusste wo ich bin Mal Vartok fliegen Die Flugabwehr wird es dann glauben Nein, auf die da Boah, das feindliche Das war ein Boot Ich bin doch nicht so tief geflogen Achso, das waren Das waren seit ich jetzt gehe Ich soll auf C rumlungern Diese Sandkasper Oh, halt doch mal still ey So, jetzt nimmt die Scheiße hier ein Und killt diese campenden Hurenkinder da drin Alter Sind sowieso noch 8 Tickets Boah, geh doch da durch, du Boah, da muss man kriechen Muss man echt kriechen, oder was ist das? Ich bin hier vorhin gestanden Ich bin vorbei, Mama Ich höre da irgendjemanden mit seinem Mikro Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich gemutet bin in dem Spiel Jo, fast die 2er KD Ich scheiche, ich brauche eine 3er KD Was sollst du auf der Map machen, außer Boot fahren? Ich weiß, ich gehe ins für Gaffelgeschütz Rundenboost Aha Achja, fuck Die Battlepacks muss ich immer noch öffnen Naja, was soll's So Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet Wenn es dann heißt, Let's Play Battlefield 4 online Mit mir und dem Hängerboy Und der Sandro spielt dann in den In 4 Folgen wieder mit, hoffe ich Hoffe ich Wenn nicht, dann hat er Pech gehabt Bis dann, ciao 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 Bis dann, ciao